Hi Leute, ich bin immer wieder fasziniert, wie manche Menschen darauf abfahren, wenn man jemandem genauer erzählt, was er machen muss. Zum Beispiel fast sieben Stunden, drei Tage und 58 Minuten, dann ess eine Papaya und fünf Stunden später 57 Gramm Mandeln und dann sage ich, okay, mache ich das genau, ist es wichtig, dass ich das so und so und ja, solche Sachen finde ich immer witzig, weil da liegt nicht die Lösung, so in irgendwelchen Systemen, die Leute fahren auf irgendwas ab, wo einem genau gesagt wird, was man machen muss. Ja, das ist eigentlich nicht so meine Art, einfach so genau zu sagen, was man machen muss, so. Ich möchte, dass man das selber erfährt, so, dass man die Eigenverantwortung übernimmt, so. Sonst ist es genau das Gleiche, wie zu einem Arzt zu gehen. Die meisten Menschen gehen zu einem Arzt und erwarten, dass der einen gesund macht. Die sagen, boah, ich hab den Krebs, mach den Krebs weg. Ich hab einen Knoten in der Brust. Du kannst ihn wieder aufknoten. So. Ja. Die vergeben die Verantwortung ab. Ich mach mich grad auch nicht lustig über Leute, die irgendwie einen Knoten in der Brust haben, sondern man muss diese Eigenverantwortung dafür übernehmen. Das ist einfach nur wichtig. Nicht sagen, hey, heil mich, mach mich gesund, so. Der einzige Mensch, der dich heilen kann, der dich gesund machen kann, ist bist du, so. Du und kein anderer ist für deine Gesundheit und für dein Glück verantwortlich, so. Viele suchen dann Alternativen und gehen zum Heilpraktiker, aber wollen im Endeffekt auch nur irgendwelche Mittelchen verschrieben haben, damit die einen gesund machen, so. Suchen nur im Äußeren, was, wo einen gesund macht, aber wollen sich nicht von Grund auf ändern und Eigenverantwortung für die Gesundheit übernehmen, so. Und das ist der wichtigste Punkt, das ist der Grundstein, so. Ich kann dich nicht gesund machen und kein Arzt kann dich gesund machen. Nur du kannst dich gesund machen, so. Du kannst dich heilen von jeder Krankheit, wenn du dazu bereit bist, aufzugeben, was dich krank gemacht hat und wieder natürlich zu leben, zu einem ursprünglichen Lebensstil zurückzukommen. Und auch mal durch tiefe Emotionen oder Blockaden durchgehen und die lösen, Ängste annehmen und die anschauen und nicht irgendwie davon brennen und, ja. Ich möchte in den Videos euch lieber vermitteln, wie das Ganze funktioniert, wie man lernt, wieder auf seinen Körper zu hören und wie man selbst sich heilen kann. Weil kein anderer kann dich gesund machen, so. Und ich bin schon immer vorsichtig, wenn jemand einen braucht, so. Oder wenn irgendwie Leute schreiben, mir irgendwie schreiben, oh, was soll ich denn da essen zu der Mahlzeit und was soll ich denn da machen, ich bin völlig hilflos, ich weiß nicht. Ey, hör auf deinen Körper, so. Schau mal, was dir gut tut, was du weißt am besten, so. Dein Körper weiß am besten, was du gerade benötigst, so. Was soll ich dir sagen, was dein Körper gerade braucht, so. Du spürst doch deinen Körper. Und du fühlst doch, wie es ihm geht. Du fühlst, wie es dir geht, wenn du Sport machst. Du fühlst, wie es dir geht, wenn du was isst. Du musst wieder lernen, darauf zu hören. Und dann kann es gesund werden. Und dann musst du dazu bereit sein, diese alten Muster loszulassen und neue, neue Muster zu schaffen. Positive Muster und positive Verhaltensweisen, natürliche, so. Die wichtigste Regel ist, immer natürlicher. Fragt euch, würde ich das in der Natur machen? Immer mehr zur Natur gehen, so. Würdet ihr verarbeitete Lebensmittel in der Natur essen? Würdet ihr irgendwie vorher tagelange Arbeit reinstecken, um euch irgendwas herzustellen und es dann essen, so. Nee, wenn ihr Hunger habt, dann geht ihr hin und esst die Pflanze, die euch anspricht. Jedes Tier kann das so. Wir sind nur so weit von der Natur weggerückt und nicht mehr wirklich im Einklang, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Aber es sind die einfachsten, grundlegendsten Dinge, so. Wir müssen erstmal wieder zurückkommen, uns mit der Natur verbinden und dann kann man wieder klar denken, dann kann man wieder, dann kann man Technologien erfinden und sowas. Aber ein falscher Geist, der irgendwie seine Intelligenz für die falschen Dinge einsetzt, das kann nach hinten losgehen, so. Das ist einfach, ja, erstmal wieder einen klaren Geist erlangen, dadurch, dass man seinen Körper reinigt. Und das kannst du nur du selbst, so. Kein Mensch kann dich gesund machen, so. Und egal bei was, wo ich mache, auch bei Coachings, die ich gebe, möchte ich nicht, dass da irgendwie eine Abhängigkeit geschaffen wird, dass derjenige, der mich dann plötzlich braucht, so, mit dem ich ein Coaching gerade habe, so, dass der dann irgendwie, ja, das nötig hat, mit mir zu sprechen, so. Ich möchte den Leuten die Mittel in die Hand geben, dass sie sich selbst helfen können, so. eigenständig, so, im Leben stehen und nicht wieder eine Abhängigkeit schaffen. Wenn man in diese Abhängigkeiten reingerät, da wird man nicht glücklich, so. Was macht man denn plötzlich, wenn derjenige nicht mehr da ist, so? Was machst du, wenn dein Partner nicht mehr da ist? Bist du plötzlich nicht mehr glücklich, so? Es glücklich liegt in euch selbst, so. Kein anderer kann euch glücklich machen. Kein anderer kann euch gesund machen. Und, ja, das wollte ich euch in dem Video nur mal in die Hand geben, so. Weil mir das einfach gerade in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist und aufgetaucht ist, so, bei mir. Übernehmt die Eigenverantwortung, so. Jemand kann euch den Weg zeigen, kann euch die Richtung zeigen, so. Aber den Weg gehen müsst ihr selber, so. Im Buddhismus gibt es einen ganz schönen Vergleich, so. Dass man den Finger, der auf dem Mond zeigt, nicht mehr im Mond verwechseln, so. Ihr müsst den Weg selber gehen. Keiner wird euch tragen. Ihr habt eigene Füße, so. Ja. Und das ist der einzige Weg zu Gesundheit und Glück. Macht's gut, Leute. Ciao. Das muss von innen rauskommen. Das muss von innen rauskommen.